Der Start in die neue Woche, naja gut, immerhin es geht ein bisschen nach oben. Der DAX, wenn wir uns das hier mal im Tageschart anschauen, sehen wir, dass die jüngste Kerze zumindest mal grün ist, wenn wir uns das so anzeigen wollen. Aber ihr seht schon, so richtig Begeisterung ist es noch nicht. Wir sind immer noch unter der Wasserlinie, unter den Zwischentiefs, die wir aus dem Sommer hatten. Und dementsprechend die Unterstützung ja nach wie vor noch nach unten durchstoßen. Und wir werden sehen, ob das wirklich der Schwung ist nach oben, den wir eigentlich bräuchten, um hier schnell wieder abzuprallen. Um zu sagen, nee, nee, Entschuldigung, war nur ein Versehen, der Bruch hier unten drunter. Aktuell sieht es nicht so sehr aus, als ob die Marktteilnehmer da Lust haben. Das zeigt sich ja auch im Intraday-Chart. Wir sehen das hier im DAX auch nochmal. Wir sehen leicht steigende Tiefs, leicht steigende Hochs und damit ist das Ganze eigentlich ein Aufwärtstrend. Auch wenn man sagt, ja, es ist mehr oder weniger seitlich. Ja, ganz exakt gesehen ist es nicht seitlich, sondern muss man es jetzt etwa so zeichnen. Wir haben leicht steigende Hochs, leicht steigende Tiefs, also Aufwärtsbewegung, aber eben so wenig spannend oder überzeugend mitreißend, dass man eigentlich den Eindruck hat, ja, wenn das irgendwann jetzt mal vorbei ist, dann geht das Ganze doch nochmal weiter nach unten. Und wir haben ja schon häufig darüber gesprochen, dass sich die Potenziale nach unten, ja, ohne weiteres bis 8.000 ausweiten, vielleicht sogar noch weiter ausweiten lassen. Das darf durchaus auch nochmal ein gutes Stück unterschießen. Also selbst 6.000 würden mich jetzt nicht vom Hocker reißen, was das angeht. Auch wenn viele sagen, um Himmels Willen, das ist einfach zu viel. Aber selbst wenn wir von 16.000 auf 8.000 gehen, dann ist das eine Hausnummer, die auch die Fundamentalen ja ganz gerne mal sehen. Wir hatten Dr. Jörg Rahn gehört zu dem Thema, der ja fundamental eigentlich zyklisch eben oder konjunkturzyklisch eben argumentiert und sagt, naja, klassischerweise 50 Prozent, wenn so eine blöde Situation ist, ist nicht untypisch. Also da scheint beides wieder ein bisschen zusammenzupassen. Gut, für heute Nachmittag ist das kein Thema. So schnell wird es nicht gehen. Trotz alledem, das, was ich hier im Moment sehe als Anstieg, finde ich nicht überzeugend. Ich mag völlig falsch liegen, aber überzeugen kann mich das nicht. Also insofern bin ich nicht willens im Moment hier massiv auf die Long-Seite zu wechseln, sondern eigentlich noch, was den DAX angeht, auf der Short-Seite verhaftet. Soll man also jetzt shorten? Ja, das ist so ein bisschen mein Problem. Ich shorte ja immer ganz gerne, wenn wir eine Situation haben, die ungefähr so aussieht, dann seht ihr auch so ein bisschen den Unterschied. Also der Teil ist fast gleich, aber wo wir stärker steigende Tiefs haben, je höher das dann ist, desto besser habe ich hier dann meine Einstiege für die Fortsetzung, dass das bis darunter geht. Das ist ja relativ realistisch, aber wenn er diese Marke durchstößt, mein Mindestziel hier, ja gut, das ist lächerlich, da ist zu wenig Wumms mit dabei. Ich bin also nicht so ein großer Freund, jetzt die Short-Position aktuell zu eröffnen aufgrund dieses Bildes. Kann mir allerdings vorstellen, dass sich das nochmal ändert. Das gucken wir uns jetzt mal bei den Amerikanern an. Das ist Dow Jones, YM, der Future da drauf, Dezember-Kontrakt natürlich. Und dann seht ihr, auch hier sind wir ganz klar aktuell in einem richtig schönen Aufwärtstrend. Na ja gut, ist das ein Aufwärtstrend, da muss man nichts dagegen sagen. Aber wir sehen schon, dass gute Stimmung normalerweise anders aussieht. Guckt mal, wie viel Kursüberschneidungen hier sind. Das ist die Unsicherheit der Marktteilnehmer. Hm, aufwärts, aber ist das wirklich das, was wir jetzt haben wollen? Ich bin also auch hier eher auf der Abwärtsseite. Vielleicht hier eine Möglichkeit, sich triggern zu lassen auf diesen Zwischentiefs. Denn die letzte starke Bewegung, auch überlappungsfrei, ihr seht das, Gegenbewegung hier und da, überlappt nicht, also keine Kursüberschneidung. Damit ist das eine eher starke Richtung, die wir haben. Vergleichen wir das mit hier, viele Kursüberschneidungen. Also insofern wären diese Tiefs hier beim Future jetzt 29.480 etwa, das sind die Tiefs von heute Nachmittag noch. Das ist jetzt hier im 5-Minuten-Chart. Das wären mögliche Trigger für die Abwärtsseite mit Zielerwartung, dass wir hier drunter gehen. Also auf jeden Fall nochmal unter 29.300. Und sind wir mal ehrlich, es sieht hier beim Dow Jones nicht groß anders aus als beim DAX. Wir haben zumindest mal dieses Tief hier durchstoßen. Eine wichtige oder interessante Marke ist sicherlich dieses Hoch hier, was wir hier nochmal haben. Ihr erinnert euch, dieses Zwischenhoch, was wir hier im August 2020 hatten beim Dow Jones. Das ist das Pendant zu dem, was wir hier haben beim DAX. Also insofern, die Marke hat für mich das Türchen nach unten aufgemacht. Das richtig weite Türchen nach unten aufgemacht. Wenn der Dow Jones jetzt, das hier der Index, dieses Tief hier, er ist quasi dran, wenn er dieses hier als überschneidet, ein gutes Zeichen ist es zumindest mal nicht. Immer noch einigermaßen okay, dass diese Abwärtsseite insgesamt sehr korrektiv aussieht. Das ist so der letzte Hoffnungsschimmer. Allerdings die Trigger dafür auf der Long-Seite sind eigentlich erst hier oben. Das heißt, er hat noch einige tausend Punkte wieder gut zu machen, um nicht dann auch auf die Long-Seite wieder zu bringen. Oder er bringt das Ganze natürlich in kürzerfristigen Kursmustern. Das geht natürlich auch, wenn er hier jetzt irgendwie sowas macht. Ja, dann würde ich auch zwischendurch wieder auf Long gehen. Aber ob er das jetzt macht, das ist ja noch ein großes Fragezeichen. Auch hier gilt, im 4-Stunden-Chart, so die letzte starke Bewegung scheint eben nun mal sehr stark abwärtsgerichtet zu sein. Auch hier sogar überschneidungsfrei. Es würde uns also nicht wundern, auch wenn er hier mal eine Gegenkorrektur macht. Nach dem 5-Weller nach unten eine Gegenkorrektur in dem mittleren Bereich wäre völlig in Ordnung. Also ihr seht, meine Begeisterung für die Aufwärtsseite, auch beim Dow Jones, ist aktuell eher limitiert. Ein Zwischenanstieg hier, ich meine, es sind auch immerhin 2.000 Punkte, die da eventuell wieder nach oben geht. Aber wenn die auch nur nahezu dreiwellig oder korrektiv sind, dann ist das ein perfektes Zeichen, die Trigger hier auf der Unterseite für weitere Shorts zu nutzen. So, für heute Nachmittag gehen wir wieder auf den Future-Kurs. Da bin ich jetzt im Moment überhaupt nicht bullisch. Ihr seht das Ganze, das Szenario hier. Ich habe es eben am DAX erklärt mit den steigenden Tiefs und Hochs. Und hier im Kleinen ebenfalls. Das sind alles keine guten Aufwärtsszenarien. Also die Shorties dürften heute Nachmittag ebenfalls die besseren Karten haben. Das Bild ist ein bisschen anders beim S&P, allerdings im größeren Bild ist es mehr oder weniger das Gleiche. Und wenn ihr euch an diese Zeichnung erinnert, jawohl, die hatte ich hier vorne schon mehrmals gemacht an verschiedenen Stellen, wo ich gesagt habe, naja, wenn ihr sowas habt, spätestens wenn er da an der Unterseite ankommt und das dann versucht, rechnet damit, dass das nicht das beste Zeichen ist. Das heißt, für Entferntere wäre das die Marke ungefähr 3670 beim S&P 500 Future. Ihr könnt natürlich auch hier gucken, wenn ihr so einen internen Verlauf hier bekommt, dass die Aufwärtsseite hier im Kleineren noch mal wieder wackelig, also die Intraday-Händler von euch wissen das sicherlich einzuschätzen, dann müsste man gar nicht bis hierhin warten, sondern hätte man vorher auch schon entsprechende Shorts. Zielerwartung ohne weiteres. Jetzt sind wir da so dicht dran gelaufen. Jetzt wollen wir doch diese Marke auch noch fallen sehen. Ich weiß, das wollen viele natürlich nicht, aber genau das ist möglicherweise der Reiz, warum einige Marktteilnehmer sagen, das wollen wir doch mal ausprobieren. Da liegen mit Sicherheit ein paar Stops auf der Long-Seite. Die wollen wir dann noch mal eben triggern, denn davon kann man ausgehen, dass hier eben entsprechende Marken liegen. Viele vermuten immer, ja, mein Broker, der weiß ja, wo ich meinen Stopp habe, dann macht er das. Hat er gar nicht notwendig. Jeder weiß, dass hier Stopp-Marken liegen, dafür muss man nicht studiert haben. Na klar, liegen hier drunter Stopp-Marken. Und ob das die von Kunde A, B oder C ist oder von irgendjemand anderen neutralen Marktteilnehmer, ist mir dabei ehrlich gesagt völlig wurscht. Das sind Marken, die dabei eben gerne angesteuert werden. So, für Nasdaq, naja, ich kann mich jetzt noch mal wiederholen. Das grundsätzliche Prinzip das gleiche. Auch hier ist die Aufwärtsbewegung vielleicht nicht so schön im Trendkanal einzufangen, weil es hier ein bisschen eine Übertreibung gab. Aber auch hier haben wir Überschneidung. Guckt euch, dieses Tief ist niedriger als das. Und auch als das hier. Das heißt, die gesamte Bewegung hat viele, viele Kursüberschneidungen. Das ist kein so gutes Zeichen für die Long-Seite. Short-Trigger wäre auch dann hier ungefähr, was wäre das? 11.285, ein bisschen tiefer hier. Ja, 83, je nachdem, ob ihr den Future nehmt oder einen anderen Kontrakt da drauf. Alternativ, was ich noch besser finde. Ganz ehrlich, besser als hier zu shorten, finde ich, wenn der in dieser Abwärtsbewegung, die er jetzt macht, irgendwann mal eine Korrektur macht. Ob er die jetzt gleich macht oder ob er die später macht oder noch später, ist mir dabei fast egal. Diese Gegenbewegung wird früher oder später kommen und die gibt mir einen günstigen Einstiegspreis, einen besseren Einstiegspreis und vor allen Dingen sinnvollere Stopp-Methoden, sodass ich eine bessere Chance-Risiko-Verhältnis daraus nehmen kann. Ja, zusammengefasst kann man eigentlich nur sagen, das Bild sieht nicht gut aus für die bullische Seite. Man kann so ein bisschen auf die Hoffnung setzen, dass wir selbst bei Unterschreiten dieser Unterstützungsmarken, der Dow Jones, der DAX, der hat es schon getan. Diese beiden Märkte, NQ, also Nasdaq Future und S&P Future, die sind noch drauf und dran. Dass im Anschluss danach vielleicht mal eine Pause stattfindet, der Kurs ein bisschen wieder nach oben kommt, würde mich nicht wundern. Kein Grund, aber jetzt blindlings auf die Long-Seite zu wechseln, zumindest mal nicht für mich. Vielleicht seht ihr das ja anders. Ganz egal, wie ihr das seht, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr die Bewegung für euch optimal umsetzen könnt. Naja, optimal ist vermessen, aber zumindest mal gut umsetzen könnt, sodass ihr eine Menge Freude und natürlich auch positive Ergebnisse habt. Das wäre mir ein Fest. In diesem Sinne euch alles Gute, liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.